Und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Reto-Freunde hier bei eurem Reto-Julie und willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir befinden uns hier im Ginso-Baum, nachdem wir im letzten Part die Wasserzelle von Humo zurückerobert haben, haben wir jetzt den Ginso-Baum betreten und müssen nun ins Innere kommen, in den Kern des Ginso-Baums, um ihn zu heilen und das Böse in ihm zu vernichten sozusagen. Das erinnert mich übrigens ein bisschen so an den Baum von Ocarina of Time. Da musst du ja auch in den Baum rein, das Böse vernichten und damit, dass er befreit ist sozusagen. Das ist ein bisschen so ähnlich hier. Wir haben ja auch die neue Fähigkeit bekommen im letzten Part, nämlich diesen Stoßangriff, heißt er glaube ich, guck mal schnell. Genau. Der Stoßangriff, mit diesem wir ja Projektile an die Gegner zurückschießen können und wir uns an diese Art Lampen hier, da oben, die solche Lampen uns hochporten können. Per Dash-Angriff sozusagen. Ja, das muss ich wahrscheinlich da hoch. Ja, mit einem Wandsprung da drüben. Hier gab es ja zuletzt so eine Art, ein neuer Gegner, der so Projektile schießt, wo wir den zurückfeuern mussten. Den haben wir ja besiegt. Jetzt schätze ich mal, müssen wir hier hoch. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wo es jetzt weiter geht hier. Zwar erst vor jeder Aufnahme. Ich schau mal, schnell, ob alles läuft. Oh, passt alles. Also, sehr schön, jetzt können wir also hier hoch. Ach, du musst du mich von hier hoch. Genau, genau. Genau. Oh. Das Herz des Ginso-Barms bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, ganz gänzlich verfeuert und verwest. Das muss doch, uh, das ist sauer. Ah, da ist es. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Achso, jetzt müssen wir uns eine Richtung, eine Richtung aussuchen. Dann müssen wir von beiden Seiten den Schmutz, die Vollnis entfernen. Dann gehen wir zuerst rechts lang, würde ich sagen. Spielt da eigentlich keine Rolle. So. So, hier hoch. Komme ich, komme ich hier hoch? Ne. Also, muss ich jetzt, muss ich jetzt erstmal hier hoch. Da ist wohl so ein, ist das so ein Port oder sieht das bloß aus? Ne, es sieht bloß aus. Ich glaube, ich muss jetzt das Projekt... Uh, das... Ne, oder? Ne, ich kann hier rüber. Doch, ich muss das Ding nutzen. Kann ich das Vieh eigentlich besiegen? Ja, ich will mal wissen, ob ich das Vieh... Natürlich darf ich nicht... Ne, kann ich nicht besiegen. Oh, ich muss das jetzt nutzen. Um hier... Ah, hochzukommen, würde ich kurz sagen. Oder ob... Boah, ich kann eigentlich... Ich kann eigentlich so hier machen. Darum fällt da jetzt wohl runter? Das war jetzt nicht geplant. So, genau. Ey! So, jetzt... Ist hier oben noch irgendwas? Ne, freut mich nicht hier auszusehen. Ich wollte natürlich kein... Secret verpassen? Ne, warum... Ich bin noch dran gesprungen. Ah, übe. So, jetzt hier hoch. Oh, muss ich jetzt... Muss ich jetzt ganz rüber? Äh... Da hoch muss ich. Ganz oft jetzt. Okay. Das schaff ich doch nie. Wie soll ich das schaffen? Äh... Okay. Da bin ich jetzt etwas... Ah! Bin ich jetzt etwas verwirrt hier? Hier durchkomme ich ja nicht. Ach! Ne. Ne, das ist... Das ist nicht ihr Ernst, oder? Ich muss... Ja, das war natürlich... Ich musste... Oh, ey. Ich muss diesen... Das Projektil bis... Oh, ich muss das bis da oben hin leiten. Ach du Scheiße. Das wird mich davor schnell. Nein! Oh, fuck, ey. Okay, okay. Muss ich also sehr, sehr schnell sein. So, jetzt hier. Jetzt stört mich dieses hier. Er ist zerstört, ja. Oh! Eine Seite haben wir schon mal zerstört. Gut. So, dann werde ich... meinen Save-Safe-Point setzen, weil ich würde das nicht nochmal machen. Ah, den muss ich... Ah, den muss ich... Also, das ist doch... Oh! Oh! oh wir sind oben jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen jetzt kommen die zweite seite ach kommen wir nicht die muss ich muss genau ziehen ja er könnte kommen nach alle beide vernichtet sehr schön so jetzt müssen wir den kern jetzt können wir das element des wassers wieder herstellen wenn wir diese aufgabe erledigt haben liegen noch zwei weitere vor uns das element des wassers wieder eingesetzt hier und jetzt ertrick okay das muss man abhauen jetzt muss man abhauen uh fuck 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 scheiße 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 oh Hey, das ist ja auch nüch. Was ist denn das? Hey, da war ja auch kein Punkt zum Porten. Stopp, das nicht holen. Alter, das ist ja krass. Tschüss. Doch hier habe ich auch nicht gesehen. Oh. Mann, ey. Das gibt es doch nicht. Schieß, du fucking Spinner. Schieß. Mann, springt doch richtig, Junge. So automatisch, so hektisch, fucking hektisch, Mann. Ja, ich triff halt nicht, Junge. Alter, ich triff halt nicht so schnell. Ich triff halt nicht. Äh, ich triff halt nicht so schnell. Der kriege, ich triff halt nicht so schnell. Ah. Naja Nein Alter, warum noch Fuck ey Der trifft das scheiß Ding nicht ey Der trifft das scheiß Ding nicht Oh, komm Ja Oh Fuck ey Uh, das war eine Flucht ey Junge, Junge Oh Scheiße, so cool Oh, jetzt kommt ein Skate Boss Das ist ganz gut Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020